Hallo zusammen, schöne Grüße aus Miami, Florida. Wie man hier sieht, haben wir ein super Wetter. Schöne Yachten, also mit anderen Worten. Ich bin aber nicht zum Erholen hier, nicht zum Urlaub machen. Wobei ich das schöne Wetter schon jetzt genieße und bin ja froh, dass die Veranstaltung, die ich ja morgen besuchen werde, wo sich professionelle Trader treffen werden, solche Größen wie Larry Williams und Linda Raschke, dass diese Veranstaltung nicht in Chicago stattfindet, weil dort ist jetzt kalt und dort war ich jetzt bereits schon letztes Jahr. Und diese Veranstaltung findet in Miami statt und da bin ich ganz, ganz glücklich, weil wir haben jetzt das super Wetter, was man heute noch genießen kann. Ich bin einen Tag vorher eingeflogen, das heißt, ich habe Zeit, dann Miami Beach zu besuchen, um dort den Strand etwas unsicher zu machen. Und ansonsten melde ich mich heute entweder von der Strand oder von der Veranstaltung morgen selbst. Ich bin mir sicher, dass ich da bei der Veranstaltung etwas mitnehmen kann, weil USA ist führend in diesem Themengebiet, was Trading, vor allem Future Trading angeht. Und ich bin mir sicher, da werde ich ein paar neue Ideen schöpfen, die ich dann bei uns in unserer Insider-Gruppe implementieren kann und unsere Mitglieder davon profitieren können. So, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Vlog. Bye, bye.